Zahnbürste Frisch und minzig Kommt mit nach LazyTown, dem schönsten Ort der Welt Freddy faulig richtet Schaden an und Sportakuss ist unser Held Stephanie ist neu im Ort, an Sigis Bonbons bleibt sie kleben Wer Pixel, Meini und Rixi kennt, der weiß hier kann man was erleben Jetzt geht's los hier in LazyTown, dieser Tag wird bestimmt kranklos Auf dem Kopf steht alles in LazyTown, in LazyTown ist immer was los Der Zahnbürstengeburtstag Ah Meine Und die hier ist auch meine Ja Die sind alle meine Und 15 nach links So Bürste aktiviert Oh Mh Cremig Programm beendet Aktiviere Lächeln! Gut geputzt. Ist halb gewonnen. Mein Lächeln! Ja, das ist meins. Siggi! Mach auf, du hast heute Geburtstag. Ja! Bis später. Ach, was für ein netter kleiner Junge. Du hast was Süßes. Ich liebe den Geschmack von Toffees am Morgen. Das schmeckt einfach nach Toffee, ja! Oh, ich muss die Einladung zu meinem Geburtstag schicken. Was? Eine Geburtstagsparty! Hey, was schenkt ihr ihm denn zu seinem Geburtstag? Das ist eine Überraschung. Was ist das? Was schenkst du ihm, Meini? Hä? Wer, ich? Aha! Na ja, wisst ihr, ich hab's eigentlich schon, aber ich will's behalten. Oh, ernsthaft? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das kannst du nicht einfach behalten. Ja, aber er will doch jedes Jahr immer nur dasselbe geschenkt kriegen. Toffees! Hat hier jemand was von Toffees gesagt? Ich könnte schwören, dass ich was von Toffees gehört hab. Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Oder? Wow! Tarnentricks enttäuschen! Oh, das ging ja schnell! Zu verpennt! Zu dekadent! Horrend! Oh, das ist perfekt! Jetzt sollte noch ein herausragend gutes Geschenk hier! Aber wenn ich sage gut, dann meine ich böse! Ja! Hey, ich hab Post! Hm, was ist das? Mach bei der Party, mach bei der Party, mach bei der Party mit! Bring mir Geschenke, bring mir Geschenke, bring mir Geschenke mit! Feiert alle fröhlich, feiert ab! Feiert! Richtig süß ist das! Aber was kann ich Sigi nur Schönes zu seinem Geburtstag schenken? Aha! Ein Fußball! Ein Fußball? Nein, doch nicht! Er braucht was anderes! Er braucht was wirklich Wichtiges! Ja! Baseball! Nein! Vielleicht doch was ganz anderes! Wird Zeit, die Bühne aufzubauen! Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Juhu! Tada! Hiermit eröffne ich den Happy Birthday Ziggy Tag! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mein Haus! Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister! Fangen Sie nicht ohne mich an! Oh nein! Weichern wieder! Schaltkreise überlastet! Stefanie, genau das haben wir befürchtet! Ja! Du musst uns helfen, bitte! Sprich mit deinem Onkel! Ja, ja! Du musst uns einfach helfen, bitte! Bitte! Onkel! Hm? Äh, Onkel Meinhard! Tja, ähm, also, Senta darf einfach nicht ihre Rede halten, bitte! Aber das macht sie doch an jedem Geburtstag! Das hat sie gesagt, an meinem Geburtstag hat sie keine Rede gehalten! Genau, das ist der Punkt! Das dauert! Und dauert! Und dauert! Und dauert! Und dauert! Und dauert! Ja, gut! Ich muss ehrlich zugeben, manchmal zieht sich das schon ein kleines bisschen in die Länge! Ein kleines bisschen? Was? Es ist grau! Meinhard! Meinhard! Das ist schon zu sonnig heute, meinen Sie nicht auch, liebe Senta! Ist das nicht schon Zeit für meine Rede? Ach, ich möchte die Möglichkeit auf keinen Fall verpassen, unserem Geburtstagskind ein klein wenig Sonnenschein zu bringen! Oh Mann! Ich habe zu diesem Anlass noch eine Kleinigkeit hinzugefügt! Oh! Oh! Fass es nicht! Wirklich nur Kleinigkeit! Das dauert nicht lange! Ähm, ja, wo war denn der Anfang? Zuerst kommen die Geschenke! Ja! Geschenke! Hat jemand Geschenke gesagt? Ähm, ja genau! Ja, wer möchte denn anfangen? Ich! Ich! Bitte ich! Mein Geschenk! Hey! Du bist immer als Erster! Ich! 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 Für mich! Das ist mein Geschenk! Oh, danke, 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 danke! Ja, bitte! Hu Tao! Hu! Hu! Maimi, lass los! Hu! Hu! Hör? Was das wohl ist? Ha! Hm! Ein Stückchen Toffee toll und meine Lieblingssorte! Plus 1? Woher hast du das gewusst? Ja? Woher nur? Hm? Ich hab geraten. Aha! Krieg ich die Schachtel wieder, bitte? Oh naja! Okay Maimi, mach mal Platz! Und den Deckel auch. Jetzt komme ich. Guck mal, hier kommt ein richtig dickes Geschenk, Sigil. Da. Wow. Mach es auf. Komm schon, mach es auf. Was ist da drin? Tja, wieso machst du es nicht einfach auf? Mach es auf. Das will ich auch haben. Das war cool, Trixi. Pass auf, Geschenk in der Umlaufbahn. Ach, ja. Siggy, ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja? Bitte schön. Ein Briefumschlag. Und so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Vielen Dank. Der nächste. Siggy, du musst ihn aufmachen. Ja, mach ihn auf. Weiß ich doch. Wow, was ist da drin? Ähm, ja. www.toffee.com Ausgezeichnet. Sehr gut. Du kannst dir in DSL-Geschwindigkeit JPEGs runterladen. Von allen Toffees, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Ähm, tja. Äh, danke schön. Kann ich sie auch essen? Nein. Du guckst sie dir einfach an. Das heißt, es sind gar nicht deine. Und jetzt? Und jetzt? Entschuldigung, Entschuldigung. Und jetzt zu meiner Rede. Oh. Eins, zwei, eins, zwei. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich zu meiner Rede noch fünf Minuten hinzugefügt habe? Nur für den lieben kleinen Viggi. Was, Viggi? Oh, nee. Gleich nachdem ich ihm eine Kleinigkeit überreicht habe. Was? Ähm, Toffees mit, ähm, Toffee-Geschmack. Oh, finde ich super. Danke sehr. Bitte. Sag mal, Stefanie, hast du auch Toffees dabei? Hä? Naja, irgendwie schon. Oh. Toffee, Toffee, schmeckt dir sehr. Komm und hol dir mehr, mehr, mehr. Woo, Toffee! Woo! Ja! Wunderbar, schön. Ja. Das war das Toffi-Lieb. Oh, Stefanie, das war so super toll. Ich habe den Geschmack von dem Toffee richtig im Mund gehabt. Vielen Dank. Und nun zu meiner Rede. Sportakuss. Sportakuss. Denk nicht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein ganz spezielles Geschenk. Etwas für dein ganzes Leben. Ist es ein 200 Jahre Schmatzriegel-Vorrat? Nein. Nein. Ist es eine 30 Kilo Tüte mit Schokokeksen? Nein. Ist es eine Lastwagenladung mit Fürstpückler-Ein? Nein. Hier, bitte sehr. Was ist das? Wo schließt man das Ding an? Das schließt man gar nicht an. Das ist eine Zahnbürste. Ja. Weißt du etwa nicht, was eine Zahnbürste ist? Doch, 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 doch. Äh, nein. Warte mal, ich check meine Datenbank. Eine Zahnbürste ist ein handbetriebenes, tragbares, mit Borste ausgestattetes Körperpflege-Modul mit lang anhaltender Wirkung. Ah ja. Ach so. Richtig. Und du verwendest es zur gründlichen Reinigung deiner Zähne. Aber in meinen Zähnen hängen ein paar von meinen Lieblingssachen. Hier. Hier ist das Ekel. Hier sollte man mal das Hirn mit Seife auswaschen. Guck mal, sie sieht aus wie meine. Oh. Aber was macht man damit? Hast du denn noch nie das 20-Mal-Lied gehört, Siggy? Ja, das 20-Mal-Lied. Ja, das 20-Mal-Lied. Dieses Tal ist praktisch und gut. 20-Mal auf und 20-Mal ab. Sie hilft einem stets, egal was man tut. 20-Mal links und 20-Mal rechts. Man benutzt sie einfach so. Zuhause und anderswo. Es dauert auch nicht lang. Wer es probiert, dem nützt es garantiert. Ich hab's auch schon ausprobiert. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20-Mal, das gelingt dir leicht. Lächel mal, hast du was dagegen? 20-Mal hast du viel dabei. Ja, so was. Wie du siehst, ist total wunderbar. 20-Mal auf und 20-Mal ab. Man mag's kaum glauben, doch es ist wahr. 20-Mal links und 20-Mal rechts. Ich sage laut Hallo, weil es mich munter macht und froh. Hören wir auf diesen Song. Jetzt und hier, hilft er dir und mir. Also ich empfehle dir. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20-Mal, das gelingt dir leicht. Lächel mal, hast du was dagegen? 20-Mal, hast du wirklich viel erreicht? 20-Mal, das gelingt dir leicht. Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20-Mal, das gelingt dir leicht. Lächel mal, hast du was dagegen? 20-Mal, hast du viel erreicht? Gib dir mal Zeit, dich zu bewegen. 20-Mal, machst du mir gerne mit. Lass doch mal selbst verstehen und regeln. 20-Mal, so machst du dich mit. Das möchte ich auch ausprobieren. Na, dann tue es doch einfach. 20-Mal, weißt du? Ja, wow, dann werde ich mal. Ich bist schon da. Die gute Geburtstagsfüge. Wo hält man das Ding an? Ja? Du hast doch nicht gedacht, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Oh, wie bist du denn? Du siehst ja mädchenhafter aus als sie und das will echt was heißen. Wer ich? Ich bin die Geburtstagsfee. Ich reise durch die Welt und gebe allen Kindern Geschenke, die Geburtstag... Geburtstagfee? Du warst aber noch nie bei meinem Geburtstag. Geburtstagfee, du schuldest mir ordentlich was, und zwar Geschenke für acht Jahre. Mit Zinsen, versteht sich. Oh, meine! Wo ist mein Geschenk? Oh, wow! Hallo! Oh, mich auch! Was ist das? Für mich? Ja! Was ist das? Das ist der... ...gesteuerte Elektro-Ultra-Süß-O-Mat 3000! Aha! Eine hypermoderne Maschine für automatisierte Süßigkeiten-Herstellung! Aha! Tja, zumindest sieht man sowas nicht jeden Tag. Hoffentlich beeilen sich die jungen Leute. Das kostet wertvolle Redezeit. Du, und ausschließlich du, kannst ihm sagen, was du willst, und dann macht er's. Ähm... Echt? Nur ich? Wow! Nur ich kann ein- und ausschalten? He-he-he! Na! Toffee! Oh! Oh! Hältst du das für eine gute Idee, also? Ich weiß, das ist eine ganz tolle Idee! Ja! Der Junge soll sich doch freuen! Also dann! Los, 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 los! Ähm... Ähm... Toffee! Oh! 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 Willst du noch mehr? Ja, Toffee! Oh! Na, wer sonst? Toffee! Oh! 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 Äh! Oh! 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 Ich sag, wofs, und dann krieg ich es auch! Das Ding kann wirklich alles machen! Toffee! Oh! Was? Toffee? Oh! Will ich haben! Will ich haben! Ah! 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 Das ist neu! Nein! Ja, aber Meini! Meini! Geh von der Maschine weg! Sei vorsichtig! Toffee! Toffee, Toffee, Toffee! Oh! 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 Meini! Toffee! Ha! Ha! Stopp! Oh, es klappt! Toffi, Toffi, Toffi! Voll cool! Wow! Toffi! Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Ja, mach weiter, Siggi! Toffi ist ohne Ende! Aufpassen! Keine Angst, Geschenke, ich pass auf euch auf! Wir müssen das Ding sofort abschalten! Siggi, schalt dieses Ding aus! Siggi, mach, dass das Ding aufhört! Mach Schall, Spucks, aus! Halt es an! Das ist vielleicht eine verrückte Bootsdat-Party! Sportacus! Stopp! Stefanie, versuch's weiter mit Siggi! Ich hol jetzt die Ausrüstung aus dem Luftschiff! Leiter! Verein dich, Sportacus! Komm bald wieder, Sportacus! Ich muss zu der Maschine hin! Aus! Hexel, schalt es auf! Oh, ein Geschenk, das immer weiter schenkt und schenkt und schenkt! Du schalt's doch endlich auf! Ich kann nicht nur Siggi kann es abschalten! Hm, Onkel! Du musst was tun, Onkel Meinhard! Sonst kannst du Lazy Town gleich umbenennen in Toffee Town! Wieso essen wir die nicht einfach? Ähm, wie war das gerade bitte? Na, die Toffees! Wieso essen wir die nicht einfach alle auf? Mitbürger, ich rufe den Notstand aus! Oh! Oh! Na dann, guten Appetit! Ah! Ich kann nicht schnell genug essen! Meinhard, seien Sie ein Mann! Ah! Schalt es aus, Siggi! Siggi, ich halte es aus! Ah! Ich hab nicht mehr! Ich hab genug von Toffee! Ah! Komm schon, Essen! Hätt ich gewusst, dass die Party derartig ausartet, wär ich doch niemals hierher gekommen! Oh nein! Ah! Ich muss mich beeilen! Oh nein! Das gibt eine Katastrophe! Hilfe! Ach du lieber Himmel, sind da selbst dazu! Hilfe! 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 Oh! 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 Was ist das? Oh! Oh! Auf geht's! Na, weiter so! Äh! Jawohl, gut! Ja, Herr Klasse! Oh! Die Zahnbürste! Wo ist sie? Wenn Siggy die Zahnbürste hätte, könnte er das Toffee damit wegputzen und das Ding stoppen! Ja! Putz dir die Zähne, Siggy! Wo soll diese Zahnbürste denn sein? Wo hast du sie hingetan, Siggy? Sie muss doch hier irgendwo sein! Sie ist unter diesem ganzen Zeug! Ah! Ich bin am Ende! Ah! 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 Sie hat aufgehört! Hm? Oh-oh! Sie explodiert gleich! Unterkurs. Motiv was! Bitte! Oh-oh! Na, Spottel, kurz los! Hm? Hilfe! 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 Wo ist der? Wo ist Sportacus? Was ist, wenn der nicht zurückkommt? Er muss zurückkommen. Schließlich ist der Sportacus. Oh nein! Gleich explodiert sie! Hier, da ist sie! Sportacus, er hat sie! Komm, Sigi! Putz um dein Leben! 20 Mal hoch! Ja, und 20 Mal links! Ich sieh nichts mehr! Hilfe! Weiter, weiter! Yeah! Gut, na klasse! Ach, geht's denn wieder? Oh, mein Gott! Wow! Wow! Das ist das beste Geschenk überhaupt! Sportacus! Hilfe! 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 Wo ist denn die Fee? Sie? Das ist nicht die Geburtstagsfee, das ist... Freddy, frau dich! Na, Freddy! Oh, ja! Und nun zu meiner Rede, Freunde! Oh, Mann! 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 Bing, bang, diggi, diggi, dong! Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze! 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 Oh, Mann! Oh, Mann! O Mann! Oh, Mann! Hey, sweet! Bevoitd волos Motoren! Von dem wo bei eine Tolin farews móc'. uar! Die chance macht dasmış! Oh, der dar seite spricht. Doch eine tolle Geburtstagsfee. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ging doch ganz ausgezeichnet. Stefanie, wieso bist du nicht draußen und spielst was? Na ja, Meini hat zwar einen neuen Fußball, aber er rückt ihn nicht raus. Meins. Pixel spielt zwar Fußball, aber bloß auf seinem doofen Computer. Wow, wo kommt der her? Okay, den krieg ich, den krieg ich. Und Siggi, der hat sich nach dem Frühstück hingelegt, damit der Hunger auf das Mittagessen kriegt. Was? Niemand ist draußen und spielt? Ach, das ist ja fürchterlich. Aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ach ja, gleich geht's los, ja. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann auf Sportakus. Hilfe dringend gebraucht, der Bürgermeister. Das muss wohl wichtig sein. Ich bin schon unterwegs. Wo bleibt der denn? Herr Bürgermeister, wo liegt das Problem? Na ja. Flut? Nein. Feuer? Auch nicht. Gewitter? Nein. Hagelsturm? Nein, das Problem ist, dass niemand rausgehen will, um zu spielen. Was? Das ist wirklich furchtbar. Sie haben recht, da ist tatsächlich niemand. Wissen Sie noch, wie Sie letztes Jahr allen gezeigt haben, wie man Baseball spielt und wie alle dann ganz scharf auf Home-Runs waren? Mhm. Tja, und für dieses Jahr hatte ich mir gedacht, wie wäre es denn vielleicht mal mit, äh, 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 Fußball? Ja. Ja, wissen Sie, Stefanie liebt Fußball. Nun ja, einen coolen Trick hätte ich drauf. Oh, wunderbar. Ach, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Hm. Kommen Sie mit. Oh. Hier entlang, Sportacos. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Tja, ähm, hiermit bestimme ich, dass der Sportaculäre Spektakeltag in Lazy Town, ähm, äh, ähm, äh, heute ist. Ähm. Tada. Ähm, ich muss los und meinen Trick trainieren. Ich will doch Stefanie nicht enttäuschen. Und auch sonst keinen. Wenn nur nicht dieser nichtsnutzige, warmherzige, nette Gesundheitsfreak wäre, dann wären die Leute in Lazy Town genauso faul wie früher auch. Äh, 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 äh. Oh, äh, sport, das heißt Sport, ne? das heißt, äh, äh, sportakel, ak, lak, äh, portal, porös, spack, sportakuläres Spektakel, oah, der Tag ist das, oah, na, das war mein Lieblingstag, bevor dieser Sportlerdödel in unsere Stadt gekommen ist. Damals gab es noch Kuchen-Ess-Wettbewerbe und Kaufvorführungen in Schokoladensirup. Das waren noch Zeiten. Ach, aber was soll's egal. Denn schon sehr bald ist der Held dieser Stadt vollkommen platt. Und das dank meiner neuen, unglaublich genialen Erfindung. Der fiese Füße-Verwirromat 6000. Oh, wunderschön bist du. Oh, Frucht meines genialen Geistes. Hippity-hopp, hippity-hopp, für Sportakus wird das entfloppt. Oh! Und nun zu meiner Lieblingsübung. Tricksen, tarnen und täuschen. Ab geht's! Zu öde. Zu blöde. Zu spröde. Zu schön, um wahr zu sein. Perfekt! Ist es bald soweit? Ist es bald soweit? Oh, wie spät ist es denn jetzt? Zehn Sekunden später als das letzte Mal, als du gefragt hast. Entschuldigung. Ich kann's bloß kaum erwarten, bis Sportakus uns einen tollen neuen Trick zeigt. Ist es bald soweit? Nein. Wie ist denn das? Zeigt Sportakus euch jedes Jahr einen neuen spektakulären Trick? Genau, und zwar am sportakulären Spektakeltag. Ja, letztes Jahr hat er diese abgefahrene Nummer gezeigt. Das ging nur... Nur, dass er auf den Füßen gelandet ist. Oh, der Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie... Ich schaue immer auf Fernsehen. Der sportakuläre Spektakeltag beginnt. Sportakus wird uns einen unglaublichen Fußballtrick vorführen. Ah, bedeutet das? Es ist soweit. Cool. Wow, wow. Gut, noch einmal. Ich bin bereit. Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Fred Vertreter, Handelsreisender. Entschuldigen Sie, aber ich hab's eilig. Na, 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 na. Oh, kennen Sie das, wenn Sie feststellen? Oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmord. Na, kennen Sie das? Nein, das kenn ich nicht. Und, kennen Sie das jetzt, dass Sie feststellen? Oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmord, oder? Hey, ich hab's wirklich eilig, ganz im Ernst. Verstanden, aber zuerst will ich Ihnen Ihre Schuhe putzen. Mit meinem Schuhreiniger 6000. Die Schuhe, bitte. Ich habe es noch nie. Geh, gut, gut. Ja. 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 So, und tschüss, sagen die richtigen Schuhe. Und hallo, sagen die Trickschuhe. Hier sind sie wieder wie neu. Danke. Und viel Glück. Das hat er auch nötig. Auf Wiedersehen, Schuhe. Auf Wiedersehen, Sportacus. Sportacus. Hi, Stefanie. Ich bin ganz aufgeregt. Alle reden nur noch über den super Trick, den du uns nachher vorführst. Mann, ist das spannend. Oh ja. Ist er bereit? Und? Nervös? Ähm, ja, ein kleines bisschen. Weißt du, manchmal, wenn man sich was vorgenommen hat und es richtig gut machen möchte, dann hat man diese Schmetterlinge im Bauch. Ach, das wird sicher ganz klasse. Vielen Dank, Stefanie. Ich werde dich nicht enttäuschen. Herzlich willkommen zu unserem sportakulären Spektakeltag. Und bitte begrüßen Sie mit mir den großen Helden unserer Stadt. Sportacus. Ja, Sportacus. Ja, Sportacus. Welchen tollen Trick zeigst du uns mit dem Fußball-Sportacus? Einen schnellen Salto mit Schuss. Oh, treu. Ein schneller Salto mit Schuss. Ja, Pixel, wir bräuchten rhythmische Untermalung. Okay. Nein, 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 nicht diese Art von rhythmischer Untermalung. Ein Trommelwirbel, bitte, ja? Ah, ja, klar. Ich kann es kaum noch erwarten. Jetzt geht's los. Okay. Nun bemerkenswerte Beinarbeit. Oh je. Was war das? Was war denn das? Oh nein. Was hat der Stefanie? Oh. Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Meine Füße spielen verrückt. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Sportacus. Sportacus. Oh nein. Sportacus kommt wieder ins Fleischgewicht. Ja. Jetzt geht's wieder. Stimmt, ja. Nein, oh nein. Entschuldigung, das ist unser. Legt euch das ab, Halt. Was hat er nur? Sagt mal, gehört das auch zu dem Trick? Nein, auf keinen Fall. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Wieso sitzen wir dann noch hier? Los, wir müssen ihm helfen. Ja, auf jeden Fall. Viel Glück, Kinder. Den Blödmann habe ich endgültig erledigt. Aber nun braucht diese Stadt eigentlich einen neuen Superhelden. Vielleicht gehört das ja zu seinem Trick? Oh, ja. Vielleicht. Bleib! Halt! Sportakus! Sportakus, was ist denn? Ich habe meine Füße nicht mehr unter Kontrolle. Wer muss das also? Es gibt immer eine Lösung, Sportakus. Ja. Jetzt weiß ich es. Versuch das mal. Wenn irgendwas nicht läuft und es scheint nichts mehr zu gehen. Hilft ist das Problem ganz einfach umzudrehen. Bleib locker und heiter. Bleib locker und heiter. Versuche es weiter. Am Ende gibt es immer eine Lösung. So, irgendwo ist ein Weg. Du weißt, es trifft gelingen. Irgendwo ist ein Weg. Vertraue nur darauf, dass du schaffst. Nur nicht was sagen. Glaub an dich, lass mir sagen. Das ist zu heftig. Lange kann ich nicht mehr festhalten. Oh Mann, was könnte ich denn sonst noch tun? Ich weiß was. Wieso gehst du nicht einfach auf den Händen? Das ist es. So ist der Weg. Du weißt, es wird dir gelingen. Der ist ein Weg. Du kannst es mir glauben. Du kannst es mir glauben. So ist der Weg. So ist der Weg. Du weißt, es wird dir gelingen. Irgendwo ist ein Weg. Ich vertraue nur darauf, dass du schaffst. Nur nicht was sagen. Glaub an dich, lass dir sagen. So oder so. Irgendwo ist ein Weg. Los, das zeigen wir meinem Onkel. Herr Bürgermeister, ihr neuer Held steht vor Ihnen. Lazy Kuss. Was, Freddy Faulig? Aber, 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 aber Sie sind doch kein Held. Wieso nicht? Ich hab doch nen flotten Anzug an mit nem L auf der Brust und ein Tischtuch umhängen. Äh, ein Cape natürlich. Naja, gut, okay. Es ist nicht wirklich ein Cape, aber es sieht doch eigentlich fast genauso gut aus. Na, was sagen Sie? Äh, na, ich weiß nicht. Äh, Sportakus könnte ja immer noch zurückkommen. Sportakus? Ach, Sie meinen diesen trottligen Hampelmann, der so durch die Gegend läuft? Der ist kein Held, schon längst nicht mehr. Immerhin hat er vorhin doch böse versagt. Stimmt's, oder hab ich recht? Tja, es tut mir leid, Lazarus, aber ich... Das heißt Lazy Kuss! Also, was muss ich tun, um ein Superheld zu werden? Nun ja, zeigen Sie uns doch einfach einen Trick für den sportakulären Spektakeltag. Ähm, Sportakus hat das auch stets getan. Gedeh-gedeh-gedeh-gedeh-gedeh-gedehen. Na schön, kein Problem. Haha, Abschalt halten! Ja. Pft! 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 Tadaaa! Danke, Sie sind wundervoll. Ich bedanke mich herzlich. Ähm, tja, und das war schon alles? So ein halber Spagar? Na ja gut, ich hab's nicht ganz geschafft, aber dafür war's wenigstens stilistisch großartig. Ganz abgesehen davon ist Sportacus weg. Und ich bin ihr einziger Kandidat. Und hiermit erkläre ich mich selbst zum... Halt! Sportacus kann auf seinen Händen gehen. Hier! Ja, er kann das. Hier ist er, sieh her! Toll, hä? Super, Sportacus! Hier ist klasse! Ja! Ja! So was? Das ist ja unglaublich! Er ist der Beste! Komm, was nun? Psst, wart's ab! Toll! Ja! Und jetzt zurück in den Zirkus! Wir sind beschäftigt! Was denn? Aber auf den Händen gehen ist doch sensationell! Ja! Kann das nicht Sportacus' Trick für den sportakulären Spektakeltag sein? Ja! Ja! Hä? Nun, es sieht zumindest äußerst sportakulär aus. Aha! Sportacus, wieso zeigst du uns eigentlich nicht mal deinen tollen Trick? Ja, zeig ihn! Hey! Hallo! Oh, oh!! Ooh! Ooh! Ist was Oberfaul? Oh! 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 Oh incredible! Ein Füße für Büromad 6000, cool. Aber ein fieser Trick. Nun verschwinde und lass den wahren Helden zeigen, was er kann. Oh, jetzt. Was ist nun los? Er ist auf dem Bein. Ich kann wieder richtig stehen. Aber wo sind meine Schuhe? Hier sind sie. Hier sind sie. Nun mach schon los. Zieh sie an. Halt, warte. Sportakus, zieh sie nicht an. Freddy, zieh du doch mal diese Schuhe an. Was? Wieso ich? Nein, danke. Los, mach schon. Nun komm schon, Freddy. Oder hast du etwa Angst? Angst. Was? Angst? Ich? Ja. Er zieht sie an. Diese Schuhe sind doch völlig in Ordnung. Wiedersehen, Freddy. Die Schuhe sind doch gardengstrem. Oh, jetzt geht's. Ja. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Freddy. Das ist alles. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Das sind bestimmt Sportakus richtige Schuhe. Hey, meine Schuhe. So, fast wie neu. Also das nenne ich Sportakulé. Wow, danke schön. Für Sie. Danke. Bereit? Oh, da fliegt er. Das ist toll. Fantastisch. Wunderbar. Also das war echt ein Sportakulärer Trick. Klasse. Danke sehr, Stefanie. Ja. Ja. Wirklich Sportakulärer. Bing, beng, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Tanze. Bing, beng, diggi, diggi, dong. Sportakulärer, der alles heißen kann. Tag und ab, die Post, ich zeig's dir. Fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen, doink, doink, augen und ab. Drehen uns um und klatschen in die Hände. Hände. Boing, boing, kreuz und fehr. Das macht Spaß. Wir toben hin und her. Oh, oh, oh. Eins, zwei, kommt dabei. Dreht euch um. Wir klatschen in die Hände. 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 Drei, vier, hier sind wir. Haben Spaß und toben hin und her. Drei, vier, hier sind wir. Ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Bis zum nächsten Mal.